Enemene Mingmang Enemene Mingmang Und jetzt bist du dran. Titel und Komposition sind ein Kinderspiel. Mit Enemene Mingmang geningt Nye 1955 eine Komposition mit einer heiteren, lichten Weite. Der Künstler inszeniert eine gleichsam schwerelos wirkende Bildszenerie. Eine geradezu übersprudelnde, vor Lebensfreude, Rhythmus, Farbenpracht, Schnelligkeit und energiegeladene Bewegung. Nye beginnt diese unvergleichlich potenzielle Form der Rundscheibe mehr und mehr zu isolieren und den Formbestand seiner Malerei zu reduzieren. Scheiben, die die Welt bedeuten.